BATTLEFIELD 1 BATTLEFIELD 1 BATTLEFIELD 1 Okay, er markiert B. Aber gut, wir haben auch den ganzen Rückraum nicht, ne? Aber zurückgehen, das ist ja nicht so unser Stil. Die sind hier im Häusle drin. Das heißt, wir müssen die hier irgendwie ein bisschen rauskriegen. Ich hab den Kollegen erstmal geheilt. Ich versuche mal da reinzukommen. Ich bin auch bei dir. Wir hätten irgendwo noch geschossen. Und hochrennen, 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 hochrennen. Okay, hier ist er nicht. Hier ist er nicht. Ich bleib im Erdgeschoss. Kann hier noch über mir einer sein? Vielleicht ist er schon gar nicht mehr da. Ja, hier oben ist er. Ganz oben. Ganz, ganz oben. Ja, der hat mich nicht wieder hochgeklettert. Der hat's gesehen. Dann schmeiß ich mir mal eine kleine Brandgradatte rein. Ey, die ist die Treppe wieder runtergekommen. Ach, scheiße. Okay, dann spreche ich das Haus einfach noch weiter. Damit ist doch schon gar nichts mehr davon übrig. Okay, ich spreche noch mehr. Ganz oben muss er. Ist er immer noch. Jetzt, 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 jetzt. Das war's mit ihm. Das liebes Gebäude einstürzen zu lassen. Wollen wir so hin und weiter? So, hier ist er, ich ist medik. Einmal direkt da. Ich heil das, mein Kollege. Ich weiß nicht, von wo wir noch mal schauen. Von anderen Seite der Straße. Die sind im Endeffekt schon hinter uns. Lasst uns mal Richtung F, genau. Ich bin schon wie Bienen unterwegs. Moni ist was. Das Nippa auf der Straße. Die haben ich, die haben ich. F, please. Fuck. Ja, vielleicht, vielleicht kriegt ja einer von uns beiden in den Squad Leader irgendwann. Ich habe mich auch schon mal angefragt. Und wie ich sehe, du auch schon. Ja, ja, ich auch, ich auch. Das ist ja gut, das ist ja gut. Du, ich bin ganz weit hinten bei F durch. Das heißt, äh... Ich werde auch nicht mehr geheilt, also komme ich mal einfach schön zu dir. Ganz genau, tu das. Brauchst ja medizinischen Beistand, die ich dich kenne. Klar, vor allen Dingen will ich einen Punkt einnehmen. Ich lasse dich mal vorgehen. Mach mal. Das ist Strategie. Ich verstecke mich aber auch nur. Ich hüpfe hier so ein bisschen rum. Alter. Helefeldwebel. Jetzt ist sie auf einer. Ja. Er ist, glaube ich, Richtung Osten gespawnt. Er hat mich gut beschossen. Schmeiß mal eine Brandgranate an. Ich habe noch 15 Leben. Vielleicht, vielleicht, ähm... Sorgt ihr auf jeden Fall erstmal dafür, dass woanders hinschaut. Feuer, Feuer. Den Punkt haben wir. Ich denke, ich denke, ich bin ein Typ mir noch mal. Äh, läuft die Leute zu ihm und tun uns die Pfeife irgendwie unten in die Ecke. Ah, ich bin Truppenanführer. Ja, schön. Erkennt's mal eh. Endlich, endlich. Hauwolli, hopp. Ah, ich habe vergessen, das neue Skin auf meine Bar draufzulegen. Ich bin auch so ein Elfenfarbenweiß. Hey, uh, was ganz fein ist, ja. Die hast du vorhin auch gezogen. Ich spiele jetzt hier noch ein paar Waffen, die ich normalerweise nicht spiele, um mir die neuesten, äh, Waffen freizuspielen im Endeffekt. Ja, ich weiß, ich weiß. Darunter leidet auch hier und da mein Gameplay. Hier oben. Haben wir. Das hat bestimmt noch einer. Ich helfe dir mal in eine Granate rein. Die werden auch zur Hauptstraße raus sein. Hör dich, Kamerad. Erste Hilfe. Komm, na, zeigt euch. Obwohl das so geht, vielleicht zur Seitengasse auch nicht. Ich schmeiß mal nach vorne und da dran hatte. Die nehmen hinter uns Florida schon wieder ein. Okay, das heißt, dann kommen sie von hinten. Wir können auch wieder nach Florida marschieren. Lass uns zur Florida. Markier uns das mal. Na, ist gleich hin. Na, genau. Lass mich... Ey! Geh ruhig vor, geh ruhig vor. Achtung. Seinlicher Panzerwagen. Ja, zwei, zwei. Den konnte ich nicht markieren. Das ist noch ein leichter Panzerländer. Zwei, hör ich. Du musst ja kurz nachhören. Unser Kollege ist gefallen. Den musst du dich mal wiederbeleben. Ich glaube, also aus einem sind sie den nicht ausgeschickt. Achtung, beide. Wow, wow, wow. Hilfen sich als Kill. Geil. Jetzt muss ich nochmal nachladen. Schau mal hier rüber. Ja, warte noch. Warte, ich muss erst mal die Bar nachladen. Ich kann mir mal wieder nach. Ihr bekommt Zeit gelassen, um überhaupt irgendwas nachzuladen. Jetzt sind wir alles safe. Moni ist aus. Nee, in den Wagen sage ich. Der kommt, lass uns in den Wagen reingehen. Der ist doch perfekt. Von dem aus können wir wunderbar noch reinschießen. Pass auf, da sind auch noch leichte Tanks. Ja, ja. Die haben wir doch nicht alle platt gemacht. Ach. Okay, da ist ein, da ist ein Jagdpatzer. Genau. Nee, Mutz. Genau so was meinte ich. Genau so eine Kacke. Ich heile mal hier alle Leute schnell. Hier hinten ist noch eine Kanone, ne? Ich gehe erst mal in Deckung. Oh, oh, oh. Die sehen mich, die sehen mich, die sehen mich. Ach, scheiße. Bist du down? Kann ich dich wiederholen? Nee, ich bin einem Geschütz down gegangen. Ich werde auch versuchen, ihn da wieder rauszuholen. Ach, scheiße. Ich habe nämlich noch eine Kleinigkeit gehen. Wieso legt er das immer noch nicht nach? Hilfe zählt als Kill. Wir haben ja schlechter als recht, aber ich habe es irgendwie hingekriegt. Hunden sind noch welche, glaube ich. Da brennt auf jeden Fall noch was. Okay. Ich brauche eigentlich mal langsam läppen. Oh, da kommt der Tank wieder. Sprach läppen aus dem Leben. Danke. Oh, da habe ich hart kassiert. Hey, die, die, die. Ich habe schon wieder weg. Ah, gut, den getroffen. Ah, ich habe so. Ach, so, ich habe hier die normalen Nails. Ich versuche dir zu folgen. Na, komm, drüber. Pass auf, ich gebe dir wieder ein bisschen lieben. Mach mal, mach mal. Ich habe halt die Kiste, das heißt, ich muss in meiner Nähe stehen. Naja, ein bisschen hilft es mir, aber auch hier das mal wieder. Ich kann mich nicht beschweren. Chill mal kurz. Oh, fuck, die Panzerbüchse. Der lag da noch. Wo lag er denn? Der ist schon down. Okay. Super. Marci, heilt mich, komm, komm. Ich bin noch bei euch. Ich nehme uns eh aber schon wieder weg, ne? So, also, wir können mal wieder zurück. Zurück. Nachdem. Das müsste er gewesen sein. Aber wir können zu F wieder zurückgehen. Okay. Das bleibt hier so unsere Ecke. Das ist einfach unsere Hut. Ich mag die Ecke hier tatsächlich. Die ist auch gerne. Ich auch. Sehr gassenreich. Dann diesen kleinen Platz, der gleich kommt. Ich könnte mal von überall kommen. Man hat selber auch Deckung. Schöne Punkte. Okay, markierst du noch F? Mhm. Bisher noch kein Feindkontakt, doch da, nee. Ich weiß nicht, was die schon für Krater sind. Doch, von aufer, wir haben ja beschossen. Da wurde beschossen, ja. Ich sehe noch, ich sehe noch, wo. Ich habe markiert. Nee, ich habe nicht markiert. Alter, ich habe den doch schon komplett gesehen. Oh, hier kommt eine Nate, hier kommt eine Nate von hinter uns. Aus Richtung Emil. Der hat mich auch. Verdammt. Der rennt jetzt rum. Kommt den Platz recht nah. Ich habe einen Gebüsch bei einer Statue. Der nennt die Schütze. Okay. Ich versuche wieder einfach durch den komischen Bau hier hinten rum mit ranzukommen. So, in dem ist halt, ich bin wirklich ein bisschen langsamer. Das ist alles dann halt damit. Wenn du mal eben rechts an die Seite reingehst, um einen zu killen, dann, naja. Oh, Tank. Ich hole schnell die Jungs zurück. Und jetzt verfahrt sie mich hier. Gegen den Tank können wir erstmal nicht machen. Die haben wir Friedrich eingenommen. Ich gehe jetzt mal ins Gebäude. Bis in Deckung. Ich würde sagen, wir gucken erstmal bei ihm hier vorbei und warten, bis der Tank wieder rausgekommen ist. Okay, komm mal zu mir, dann kann ich dir noch ein bisschen Leben geben. Du wirst mich sowieso einholen. Tatsächlich halte ich mich sogar ein bisschen. Eigentlich halte er sich nicht. Ich halte mich, bin immer 100. Stimmt, ich habe es gesehen. Vielleicht hast du irgendwie so ein Lebenspack auf dem Weg irgendwie aufgenommen. Das könnte sein. Na, guck mal, die nehmen es gerade erst ein. Wir hoffen, mich treffen wir heute mal auf ein paar. Schwerer Tank kommt auch von den Tons, ne? Ja, also voll F. Wir haben nicht viel Zeit. Wir haben nicht viel Zeit, Joga. Meine MG braucht wieder langsam ein bisschen Food. Ja, wir nehmen es schon wieder ein. Ich glaube, wir sind zu spät. Ja. Ein bisschen Punkte abgrasen. Ja, das ist auch okay, aber ich, 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 guck mal, ich habe hier ein ultradickes MG. Weißt du, was das eigentlich ist? Oh, da wird geschossen. Ja, Nate ist raus. Nichts getroffen. Lass uns, wie, wir, weißt du noch, wie wir vorhin flankiert haben? Pass auf, die kommen hinter uns schon. Oh, da ist ein gepanzertes Fahrzeug. Das kommt hinter, Emil. Das kriege ich mit dem MG nicht durchschlagen. Weil es witzig ist, weil eigentlich müsste ich ihn durchschlagen können. Okay, ich habe ein kleines Speerfeuerchen gehalten. Lass mich rein. Hinter uns. Oh, fuck. Die haben mich. Das ist so ein geiles Bild hier, so ein Metal-Battle. Okay. Ich habe, ich habe den Typen auf jeden Fall gekriegt. Da, 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 da. Ich spreng die da zum Teil alle ganz gut weg. Gehe ein bisschen in Deckung, dann komme ich zu dir. Dann gibt es auch wieder Leben. Die sind hier gleich rechts um die Ecke schon. Ah, sehr geil. Immer wieder flankieren, flankieren, flankieren. Keine Chance, keine Chance. Das macht schon Laune. So, ist hinter uns noch einer gefallen? Mal kurz Deckung. Nee, er hat aufgegeben. So, ein Sack. Och, ein schwerer Tank, ein schwerer Tank kommt dann gleich die Ecke lang. Von wo? Oh, oh, ich sehe es, ich sehe es. Ich bin jetzt wieder bei Florida. Ja, ich bin halt so horisch langsam. Wenn ich mal in die Richtung gehe, um welche anzuschießen, dann fällt es mir schwer, schon fast wieder zurückzulaufen. Ah, ich werde sogar revived. Okay, nee, nicht. Nein, und gleich wieder. Hier ist auch der andere Tank wieder. Okay, das können wir vergessen. Gegen den kann ich erstmal nicht sehr viel machen. Oh, ich könnte mich an dieses coole Geschütze hindransetzen. Dreh dich geschützt, dreh dich. Komm schon. Ich sehe ihn leider nicht von hier aus. Wir müssen ihn irgendwie dazu bringen, dass er sich bewegt. Lockt ihn ein bisschen. Gut so nischt. Ich krieg's so echt nicht in meinen Schussfeld. Das ist ein buggerad. 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 Ja, das ist dann schon eher. Dann kriegst du ihn auch rein. Ja, ich hoffe es so jedenfalls. Oh, unsere Jungs sind gestorben. Das ist geschützt, buggerad. Das geschützt, buggerad. Ich konnte nicht nach oben, nach unten zielen. Mit dem nur nach links und rechts. So, jetzt habe ich 54 Leben. Bei mir ist definitiv kein Medic. Ja, gucken wir mal, ne? Immer noch 54. Ich kann den gleich Leben geben. Wo wollen wir hin? Wir können auch Emil verteidigen. Ich kann den dann wiederholen. Hier ist niemand. Nö, was? Das ist jetzt für eine deutsche. Da kommt eine Granate-G-Flug hin. Wollen wir mal zu ziehen? Mal was ganz verrückt ist, die Runde. Oder zu Doram, sagst du? Können wir auch machen. Oder so, ne? Nicht zu F. Ich habe nicht markiert. Herr Oma hat das Ziel. Und es ist noch einer in so einem komischen Waggon, aber na gut, das können wir uns eigentlich tatsächlich auch sparen. Hier wird er wahrscheinlich noch ein bisschen länger kämpfen. Oh, da ist ein Tank. Oh, ich sehe ihn auch gerade. Ja. Fuck. Vier Schaden gemacht. Ich habe vergessen. Oh, das ist ja noch einer. Der Rette, den habe ich ja voll übersehen. Jetzt. Also unter der Brücke sieht gut aus. Wenn du kannst, springen einfach an der Seite runter. Was müsste ich schaffen? Hi. 11-11? Hier liegt sogar noch ein bisschen stuff rum. Also wenn du irgendwas anderes haben willst. Ja, ich habe einen Moni, ich könnte wieder Granaten gebrauchen, das ist eigentlich alles. Ich könnte es tatsächlich so langsam auch mal wieder Moni gebrauchen. Hinter uns, glaube ich. Ja, da hat mich was erwischt. Zwei habe ich erwischt. Erstmal kurz überleben. Zudem ist tatsächlich, ich brauche langsam Moni. Das wird halt nicht schlecht. Ich brauche echt Moni, das gibt es doch nicht. 104 Schuss habe ich noch. Habe ich eine Zweitwaffe? Nee, natürlich nicht. Oh, der Tank kommt runter. Ja, wir können zu C sein. Ich bin down. 59 Schuss noch. Ich brauche Moni. Das gibt es doch nicht. Ich suche mir jetzt irgendeinen, der Moni hat. Das kann so einer gern. Oder so. Hier sind ein paar Leute, die Moni haben müssten. Okay, komm mal her. Django. 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 Ja, so, jetzt habe ich da 600 Schuss total. Das sollte erstmal durchaus reichen. Der Tank ist hier noch... Eigentlich musst du jetzt versuchen, mit ihm bis zum Ende zu überleben. Ja, bis jetzt sieht es nicht schlecht aus. Ich versuche, den Tank zu pumpen. Das Einzige, was problematisch halt sein könnte auf Dauer, wäre der Tank. Schön, schön, schön. Das ist jetzt immer noch ein Tank. Das sind jetzt zwei große Tank, die uns mit unterwegs sind, ne? Das kannst du echt bitten. Hm, irgendwas trifft mich da tatsächlich. Aber ich werde schon wieder hochgehalten. Das funktioniert ganz anständig. Uh, der Tank ist weg. Sehr schön hier noch ein paar Leute. Jetzt können wir mal gucken, ob er ins Tifa kommt. Oh, ich werde abgestopft. Ach, ist der denn noch so komisch an mir vorbeigekommen? Mensch, Mensch, Mensch. Oh, fuck. Ich habe einen Sniper. Aber ich habe ein paar Kills auf jeden Fall mit dem Ding gemacht. So ist es nicht. Das macht auch hier in der Map tatsächlich sogar wirklich Laune. Das ist wie der Hasseln. Kann man machen, ich bin hinter dir. Wir fangen mit der Seitengasse an. Gerade zu. Da, und zu viele, zu viele, zu viele. Ich habe nur noch acht Leben. Kommt ihr nach? Böse, böse, böse. Mit acht Leben um die Ecke. Naja, sieht gut aus. Sieht gut aus. Aber die haben uns gesehen, wie wir hier lang gelaufen sind. Die wissen, dass wir von hier kommen. Ich treffe da aber noch mal in der Brandgranate was. Das heißt, sie sind immer noch in der Gasse. Da ist ein Light Tank, aber der ist bei uns. Geh, weiter, 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 weiter. Damit der Brand... Hier, gerade zu. Aber der Light Tank, der kann auch jemand mit reinkommen. Komm schnell zu ihm, hier. Sollte hier schön uns mithelfen. Ich habe hier mal einen Punkt, das passt schon. Rush-E. Guck mal, siehst du auf der Map, wo die sind? Die sind jetzt Richtung Süden und gar nicht so weit weg. Sobald die checken sind, sind die in etwa kurzer Zeit hier. Und die werden aus der Richtung auch kommen. Genau, halt das mal im Blick. Ich halte den anderen Quereingang im Blick. Alles Roger? Alles Roger, Dinger. Bei mir kommt was. Granate, Granate, Granate! Einen habe ich auch. Guck mal, hier gibt es hier so ein schweres MG. Die kommen, die kommen, holst du dir, holst du dir. Ich sperre sie ab, ich versuche sie dann auszustellen. Hat geklappt. Komm, 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 komm. Komm, 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 hol du es hier. Das ist dein Ding hier. Alles klar, hier. Danke. Ich will die Leben legen, los. Das ist nachgeladen und es geht los. Okay, wir haben den Punkt auch. Wir können zurück zu D, wir können zurück zu D. Zu Dürer, ja, können wir machen. Dürer. Bin voll dabei. Tank. Fucking Tank. Die dümmelt tatsächlich sogar noch irgendwo ein Sniper rum, habe ich gesehen. Guck mal, ob ich sie noch kriege. Hm, ich wurde wiederbelebt. Geil. Ich glaube, hier oben ist tatsächlich noch irgendwie einer drin. Nee, auch nicht. Ah, hier war. Der stirbt. Sperrfeuer. So, bei dir unten muss einer auf jeden Fall noch rein. Ja, ich muss auch noch rein. Ich habe die Weile nicht überlebt. Ja, ich muss hier wieder raus. Ich kann hier mit eigentlich mit zum Schirm gehen. Ich muss vorher laufen. Ich muss an die Flont. Ich muss hier mal bei dir spawnen, dass wir nicht gehen. So. Mach. Achtung, dreh ich um, dreh ich um. Dreh ich um. Was ist bei dir? Nein! Nein! Ich hatte auch drei Leute noch vor mir. Ich musste alles mögliche machen. Es war zu viele. Geil. Du brauchst leider relativ lange mit dem Ding, um wirklich welche zu killen. Schon auf einer gewissen Distanz. Hm, Johnny is a rocker. Das sagt mir doch sogar irgendwas. Ja. Tatsächlich schon. Tatsächlich schon. Hat er dich schon öfters abgezogen. Nee, das nicht. Ich weiß nicht mehr, in welchem Zusammenhang. Weil mittlerweile ja so viel. Ich muss das ja sagen, ich muss das ja sagen. Wo bist du denn? Wo bist du denn gefallen, Junge? Kann man ihn vielleicht berechnen. Genau da hinten. Oh, sick! Mit demnimmt ein GG. Das war so ein okay Game. Ja, also. Ich meine, Punktum ist jetzt nicht so hundertprozentig gelangt. Aber. Dafür habe ich einige Kills gemacht. Schöne Sachen waren dabei, ja. Mit dem Mgler, denn die erste ist schon mit dem Mgler, müsste ich gut um die 15, 16 Leute gekillt haben. Guck mal, wir sind auch beide in den Highlights. Mit 44 Aufmodulzierungen habe ich es in die Top-Bereiche geschafft, ja. Ja, 20 Reanimationen. Ja, aber 44 Aufmodulzungen ist echt nicht viel. Das könnte locker das Doppelte sein. Das hat unser Trupp hier so gerissen. Guck mal, erobert der Flaggen. Top. Ja, top. Das ist doch so nicht schlecht. Das stimmt schon. Na, wir waren ja auch immer dabei, sind ja von Punkt zu Punkt gerannt. Da haben wir uns ja die Punkte auch so ein bisschen zusammengefahren. Und insgesamt squat sehr weit oben, und willst du mehr? Weil willst du mehr? Vielleicht schüsse ich. Ja, ne, Leute, würde ich auch sagen. Dann macht's gut, bis zum nächsten Mal.